Hallo meine Lieben, na alles gut bei euch? Tschetschett, Mutti muss euch was erzählen, das glaubt mir keine Sau. Macht kurz Stopp, holt euch ein Zigarettchen, macht 5 draus, holt euch ein Käffchen oder ein lecker Tee und macht ein bisschen Schuss mit rein. Ich glaube ihr werdet das brauchen. So ging es zumindest mir gestern. Mir ist gestern etwas passiert, naja mir sind sehr sehr viele Dinge passiert und so das overall war ein Tag, das wird mir keiner glauben. Also wir haben Dienstag und seit gestern Abend komme ich immer wieder an den Punkt, no, hell no. Ja, ich weiß gar nicht wo ich anfangen sollte, es ist egal. Also wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Ja, also es war ein sehr aufregendes Wochenende. Es war der Geburtstag von Kleinmäuschen. Die Familie von meinem Mann ist gekommen, also die Schwester mit Frau, die dann auch bei uns im Haus geschlafen hat oder die bei uns im Haus geschlafen haben. Am Sonntag war dann eben der Geburtstag von Lauren. Es war ein super schöner Tag, es hat alles geklappt, es war mega und gestern Morgen ist die Frau mit, also die Schwester mit Frau dann wieder abgereist. Und ihr kennt mich Schätzeleins, Mutti muss ja dann immer alles back to normal innerhalb von 30 Minuten haben. Das Zimmer musste wieder aufgeräumt werden, die Wäsche musste gewaschen werden, das Bad musste sauber gemacht werden und und und. Gut, ne, so. Gut. Das habe ich gestern also alles gemacht. Mein Mann, der hatte frei, es war Veterans Day, Kleinmäuschen war auch hier. Ähm, was mir dann also wirklich gut Zeit gegeben hat, hier wieder alles in Ordnung zu bringen und gestern Abend musste ich dann arbeiten. So. Äh, es hat hier im Haus auch relativ gut alles geklappt. Ich bin auch relativ gechillt, äh, in die Arbeit rein. Wenn ich in die Arbeit reingehe, dann ist es bei mir immer Hello Everybody. Also ich bin motiviert, ich gehe da eigentlich zu 99,5% mit guter Laune rein. Und so war es gestern, äh, gestern Abend eben auch. Auch wenn ich ein bisschen müde, ein bisschen kaputt war, aber, äh, ich liebe es zu arbeiten. Und, äh, gestern Abend war ich mehr, wenn wir mal kurz davor, äh, zu quitten, ja, rauszulaufen aus dem Scheißladen. Und, äh, ja, auf jeden Fall, ich bin da gestern Abend reingelaufen. Und, äh, es klaut mir keine Sau, ey. Ja, also ich werde halt immer auch so ein bisschen aus, nicht ausschweifen, aber euch so immer ein bisschen was dazu erzählen, dass ihr eben auch das Gefühl habt, ihr wart gestern Abend physically mit mir dabei und könnt meinen Pain spüren. So. Auf jeden Fall, äh, ich bin ja Fahrer in einer Pizzeria. Gut. Gut. Ich bin da gestern Abend rein, ich hab mich eingeklockt, wie ich das immer mache. Und, ähm, ja, man bekommt dann eben immer so seine Zettel, ne. Also der eine Zettel ist für mich, wo dann die Adresse draufsteht, zwei Zettel, das ist einmal Rechnung für den Kunden, um das zu unterschreiben. Ähm, also für uns, für den Laden, der Kunden muss das unterschreiben. Den Zettel nehme ich wieder mit, äh, ins Geschäft. Und der andere Zettel ist eben für den Kunden. Das ist jetzt eine Info, die ist eigentlich scheißegal, aber. Hört einfach zu. Stay with me, schätze Leute. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe da dann meinen Zettel gehabt, ja, und hab die Adresse gesehen und hab noch gedacht, hä, wo ist denn das? Also ich arbeite jetzt seit Januar in dem Laden und mir ist wirklich schon einiges passiert. Mir ist schon viel passiert, ich hab schon viel gesehen. Ich hab mal vergessen, mein Auto in Park zu machen, ja, und war total, äh, distracted von einem süßen, kleinen Babyhund, den der Kunde hatte. Und bin aus dem Auto rausgesprungen wie eine gestochene Biene. Ne, wie von einer gestochene Biene. Also ich selbst war nicht die Biene, die mich gestochen hat. Auf jeden Fall bin ich mal aus dem Auto rausgesprungen, ähm, weil ich diesen Hund gesehen hab. Und der war so süß, dass ich mal vergessen hab, mein Auto in Park zu machen. Also wir haben ja Automatic, ne, und mir ist mein Auto davon gerollt, schätzelein. So, dann hab ich mal gehabt, äh, dass der Kunde seinen Zettel unterschrieben hat und dann hätte ich ja eigentlich die Pizza abgeben müssen. Und nö, ich hab den Zettel genommen und bin mit der Pizza wieder ans Auto gerannt, ja. Wo der Kunde mir hinterher gebrüllt hat und mir hinterher gerannt ist von wegen, hallo, krieg ich auch mein Essen? Dann hab ich's mal geschafft, ähm, die komplette Tasche. Also wir haben ja so Taschen, wo man die Pizza oder das Essen generell reinmacht, dass das Essen warm bleibt. Und diese Taschen nehmen wir wieder zurück mit in den Laden, ja. Das ist ja kein Geschenk für den Kunden, weil du hier jetzt Geld gelassen hast. Hab ich also auch mal geschafft, dass ich, äh, die komplette Tasche den Kunden einfach gegeben hab. Also Point Blank ist, dass ich in diesen 11 Monaten, äh, seit ich da arbeite, wirklich schon einige Bolzen gesehen hab, auch selber abgelassen habe und ich schon mehrere Male Joke of the Day war. So, seit gestern bin ich aber, glaube ich, Joke of 2019 und 2020 gleich noch mit dazu. Auf jeden Fall habe ich diesen Zettel gesehen, ja, mit meiner Adresse und mit, äh, der Bestellung drauf, so dass man eben die Bestellung fertig macht. Und ich sehe diese Adresse noch und denke, hä, where the hell is that? Also, ich kenne eigentlich die komplette Area hier. Ich kenne viele Straßen, ich habe viele Regulars, ja, also viele Kunden, die wirklich sehr, sehr regelmäßig bestellen. Und natürlich ist immer mal so eine Adresse dabei, wo man denkt, ah, ist das da oder ist das da? Aber so eine Adresse, die ich noch gar nicht gesehen hatte, hatte ich jetzt bis, ähm, ja, bis gestern für eine sehr, sehr lange Zeit nicht. Auf jeden Fall habe ich mir keine Gedanken gemacht, ne? Modi macht ja ihre Bestellung fertig, blibla blub. Ich nehme meine, äh, meine Tasche, ich nehme meinen Zettel, ich renne raus, schmeiße das alles ins Auto rein, tippte schön in mein Navi ein und los geht der Luzi. Okay, es war, ja, so Viertel nach, Viertel nach 5, 20 nach 5, ne? Also, bei uns wurde ja jetzt auch die Zeit umgestellt, was bedeutet, es wird jetzt relativ früh dunkel. Es war noch nicht komplett dunkel, aber es, es war schon nicht mehr hell. Und auf jeden Fall fahre ich da hin und schon wie ich die Straße hochfahre, habe ich gedacht, hä, sieht aber alles nicht so knorke aus, ne? Ja, also, es war keine normale Straße, es war alles sehr, ja, sehr steinig und sehr huppelig und es war jetzt auch keine große Neighborhood, ja? Wo man jetzt hat sagen können, okay, da sind jetzt 20 Häuser. Es war alles sehr verteilt, ja? Es war da mal ein Häuschen und dann mal wieder zwei Minuten nix und da mal wieder ein Häuschen. Ist jetzt aber auch nix, wo ich mir Gedanken drüber mache. So, auf jeden Fall bin ich dann da diesen kleinen Hill hochgefahren und gehe dann so um die Kurve rum. Und was sehe ich, Leute? Ich sehe eine riesen Pfütze. Aber eine mega Pfütze, wo ich mir noch gedacht habe, uiuiuiuiui, wie komme ich da überhaupt durch mit meinem Chatter, ne? Hätte ich einen Traktor gehabt, wäre das kein Problem gewesen, ja, in den Rallygang rein und da durch. Aber mit meinem Chatter habe ich gedacht, äh, fährst du mal so, versuchst du, um die Pfütze außenrum zu fahren. Das ging aber nur bis zu einem gewissen Grad, weil da waren nämlich Bäume, ja? Also ich konnte nur, wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe halt gedacht, wenn ich so versuche, außenrum zu fahren, dass ich mit der rechten Seite vom Auto nicht in dieses Wasser reinkomme. I'm good. Hell fucking no. I was not good. Okay? Let me tell you that. Ich fahre also mit dem Auto hoch, natürlich nicht mit 60 kmh. Und wie ich oben ankomme, merke ich, wie ich in diese Pfütze reingesogen werde. So. Äh. Point blank. I was stuck. Ja, ich war in dieser Pfütze festgesteckt. Jetzt kenne ich natürlich aus Filmen, äh, dass man versucht vor und zurück und vor und zurück, aber jetzt nicht volle Power, sodass die Räder durchdrehen. Ähm, was aber egal war, weil ich habe es wirklich sehr, sehr langsam gemacht. Tatsache war aber, ich war in dieser Puddle, in dieser Pfütze einfach festgesteckt. So. Ja, was mache ich jetzt? Natürlich, Mutti bleibt ruhig. Hallo, bei mir kommt doch da keine Panik auf. Ich bin in einer Neighborhood, in der ich noch nie war. Äh, es wird dunkel. Äh, ich habe überall Wasser um mich rum. Natürlich, ich bin die Chilligkeit in Person. Bis ich die Türe aufgemacht habe von meinem Auto. Und mein, das Wasser war genau da. Ja, womit ich also wusste, dass wenn ich jetzt aus dem Auto aussteige, bin ich knieweit im Wasser drin. So. Aber hopp. Tatsache war, ich bin aus diesem Ding nicht mehr rausgekommen, habe also meinen Chef angerufen. Pizza natürlich immer noch hinten im Auto drin, weil, äh, pff, ist ja nicht so, dass die jetzt einfach zum Kunden hinfliegt. Äh, es war ein Coworker von mir am Telefon. Und ich war immer noch sehr ruhig, muss ich sagen, ja. Also jetzt so im Nachhinein. Und glaubt mir, ich habe mir seit gestern Abend sehr, sehr viele Gedanken über den gestrigen Abend gemacht. Es war also ein Coworker am Telefon und ich habe dann nur so gemeint, ja, äh, Sandra hier, ich bräuchte mal ganz dringend Johann. Johann ist mein Chef. Und, äh, Johann kam dann auch ans Telefon und meinte, ja, äh, Miss Sandra, what's going on? Ich bin, ich bin Miss Sandra, ne, weil ich bin ja auch nicht mehr das frischeste Brot im Regal. Ich gehöre also zur, zu der älteren Generation in dem Laden. Und, äh, ja, auf jeden Fall bin ich Miss Sandra. Und er kam dann ans Telefon und, äh, ich meinte dann so, äh, Johann, I'm stuck in a big poddle. Und dann meinte er nur so, what do you mean you're stuck in a big poddle? Und da habe ich dann gemerkt, äh, ich verliere gerade so ein bisschen meine Kuh, ja, also meine, meine Chilligkeit und meine Calmness und meine Kuh war plötzlich weg. Weil, äh, ich habe dir gerade gesagt, was das Problem ist und du verstehst nicht, was ich sage. Und ich dann also zurück, what do you mean, what do you mean, what's going on? Ja, also er meinte ja nur so, what do you mean? Und ich meinte dann, what do you mean, what do I mean, what's going on? I'm fucking stuck in a poddle. So, und dann meinte er zu mir, ja, äh, kommst du raus? Ja, nee, Mäusiken, deswegen rufe ich dich ja an. Ich brauche jemanden, der mich hier rauszieht. Ich stehe Reifen hoch im Wasser. Ich komme nicht raus. So, das habe ich dann also dem Johann, äh, erzählt. Und er hat dann gefragt, ob ich schon die Pizza abgegeben habe beim Kunden, wo ich mir noch gedacht habe, ach, das ist aber nett. Ne, anstatt mich mal zu fragen, wie es mir geht, ob bei mir alles Tutti ist, äh, muss natürlich erstmal geklärt werden, ob die Pizza beim Kunden angekommen ist. Dann habe ich gesagt, nee, weil man hier nicht durchkommt, schick auch bitte niemanden mit einer neuen Pizza, äh, weil es kommt hier keiner durch. Wir stecken, wir werden feststecken, so wie ich, ja. Also, wenn du jetzt jemanden neuen rausschickst mit einer Remake-Pizza, der steckt hier genauso fest wie ich. Wahrscheinlich nebendran können wir Conversation machen miteinander. Gut, also er meinte dann zu mir, er würde meinen Coworker, den Austin, würde er rausschicken, weil der Austin hat einen Truck. Und das hat sich für mich schon mal sehr, sehr logisch angehört, weil, äh, ich habe mir da diese Puddle-Situation angeguckt, habe dann nochmal hier so aus dem Fenster rausgeschaut und habe nur Wasser gesehen. Und, äh, die Idee mit einem Truck fand ich gut. So, jetzt musste ich warten. Ich musste warten. Was habe ich also gemacht? Ja, ich habe mir so ein paar YouTube-Videos angeschaut, habe, wie gesagt, versucht, dabei ruhig zu bleiben, habe aber in mir gemerkt, dass die Panik immer höher wird, habe dann auch so langsam Conversations mit meinem Auto angefangen, ne. Also, ich hatte dann so meine Hände auf dem Lenkrad und meinte dann zu meinem Auto, So, it's all right, Bubu, it's all right, they're gonna get us. It's okay, stick with me, just stay with me. Also, ich hatte wirklich, äh, deep Conversations mit Jetta. Ja, und es hatte dann 20 Minuten gedauert und, äh, Coworker Austin kam dann wirklich mit seinem Truck und hat mich da rausgezogen, sage ich euch. mit meinem Auto hat ausgesehen, also, ich hatte Schlamm everywhere, ja, weil natürlich, natürlich, ich konnte, ich hat's ja nicht sein lassen können, Schätzleins, hat man zwischendurch immer mal so ein bisschen probieren, ne, so ein bisschen Gas, ne, 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 ne. Und natürlich sind die Räder durchgedreht, ganz klar. Und, äh, it was not everywhere. Ich hatte es auf der Windschutzscheibe, ich hatte es auf dem Dach oben, die Seiten waren komplett voll. Es war, es war der Wahnsinn. So, also, Austin hatte mich dann rausgezogen. Ich habe dann, äh, Johann angerufen, um ihn wissen zu lassen, äh, ich, I'm free. Ich bin, ich bin draußen, ich bin auf dem Weg zurück. Äh, ich muss aber erstmal einen Stopp bei der Waschstraße machen, weil so kann, so kann ich nicht fahren. Also, ich hatte Schiss, dass mir das alles antrocknet im Auto, dass da vielleicht noch was kaputt geht. Äh, und zweitens wollte ich ja so nicht bei meinen Kunden auftauchen, ja? Wie sieht das denn aus? Okay, ich also in diese Waschstraße gefahren, zu. Natürlich, ist ja Veterans Day, ne? Es waren ja 40 Degrees, also so um die 2, 3 Grad. Natürlich hat da die Waschstraße zu, alles klar. Ich also zurück in, in die Pizzeria. Natürlich musste jeder rauskommen und musste gucken, ne? Und, ah, Miss Sandra! Und jeder hat einen Joke gerissen. Ich muss sagen, ich war richtig gut drauf, weil ich war einfach nur happy, dass ich noch alive war. Nicht um das Ganze hier jetzt zu dramatisieren, Jets Alliance. Nein, das war absolute Not, in der ich da war. Ja, auf jeden Fall kamen die dann eben alle raus und haben sich das Auto angeguckt und, ähm, habe dann eben Johan auch Bescheid gegeben, dass die Waschstraße zu ist. Und er fragt mich noch, ja, von wegen, äh, soll ich dich nach Hause schicken, willst du heim? Nein, aber, ne, weil mir ging's ja gut, ne? Mein Auto war zwar ein bisschen dreckig, aber mir ging's gut und ich hatte ja Bock drauf zu arbeiten. Also haben mir meine Coworkers geholfen, äh, damit, dass jeder rein ist und hat eben einen Eimer Wasser geholt und wir haben alle mal so das Auto, ne, abgeschwenkt. Und glaubt mir, Jets Alliance, äh, kein Tropfen Wasser war zu wenig, zu wenig, zu viel. Also ich hab's gebraucht. Gut, auf jeden Fall, äh, Auto hat natürlich ausgesehen wie Kacke, ne, also da ist der Dreck nur so runter und richtige Dreckbrocken und egal, das Auto, es ist gefahren. Ich war okay, es war also alles in Ordnung. Natürlich hatte ich zwischendurch mit meinem Mann telefoniert, ja, Schatzi, ja, ich komm, ich hol dich. Ich so, ne, ne, machst du nicht, weil du steckst dann hier genauso fest wie ich, äh, da kannst du grad gar nichts machen. Ich wollte es dich nur wissen lassen, à la hop. Ja, äh, ich hab ihm dann auch gesagt, dass ich jetzt zurück im Laden bin und, äh, dass ich weiter arbeiten werde, auch, äh, wenn Johann gemeint hat, er muss mich jetzt nach Hause schicken. Also, ich hab schon gezittert, ne, bin ich ehrlich mit euch. Also, das, es war schon so ein Moment in den Knochen gesessen, wo ich mir gedacht hab, ui, 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 ne. Also, ich fahre jetzt seit 16 Jahren, fahre ich Auto, das ist jetzt auch wichtig, ne, seit 16 Jahren fahre ich Auto und ich bin noch nie irgendwo stecken geblieben, bis gestern. Habt ihr verstanden, ne, weil Story geht ja noch weiter. Ja, gut. Auf jeden Fall, ne, Johann hier, also du willst weiterarbeiten. Ja, alles klar. Ich mich also wieder eingeglockt, ne, Auto war so einigermaßen, zumindest mal so, dass, wenn ich das Licht angemacht hab, dass, dass das Licht auch da war, ne, weil vorher war ja alles zu mit Erde und mit Schlamm. Und, äh, ja, dann hatte ich so zwei, drei Deliveries, die waren auch okay, ne, also das war in einer Area, wo ich gekannt hab, das war alles cool. Äh, mein Herzschlag, mein Blutdruck war wieder alles normal. Ich geh zurück in den Laden und, äh, klopp mich wieder ein und mach da halt mein Ding und ich hör nur, ah, Miss Sandra, you out. Okay, ich also wieder zurück zur Driver Station, um mein Papier zu holen, äh, guck so auf die Bestellung drauf, mach das alles fertig, guck auf die Adresse drauf und denk, where the hell is that now? Genau, war also wieder eine Adresse, äh, die ich noch nie gehört hab, ich hatte keine Ahnung, in welcher Neighborhood das war. Okay. Äh, sag noch zum Johann, guck mal, das ist nochmal so eine Adresse, die ich nicht kenn, ja, sag der Johann noch zu mir. Ja, ja, heute kann nichts mehr passieren, du hast, äh, du hast, wie hat er gemeint, you reached your limit for today, ja, also ich hab mein Limit für heute erreicht. Genau, könnte man ja meinen, ne, nach so einer Story. Ich also in das Auto rein, selbes Spiel, zack, Adresse, ins Navi rein, war 13 Minuten vom Store entfernt, ich fahr also los, äh, und wie ich so 6, 7 Minuten entfernt war, musste ich links abbiegen in eine Straße, was noch eine normale Straße war, also es war gepaved, ne, es war, wie heißt es hier, äh, nicht tapeziert. Also es war halt Belag drauf, Jetsalines, es war nicht steinig, es war Belag. Und ich fahre, und ich fahre, und ich seh nur Bäume, und mittlerweile ist es natürlich rußrabenschwarz, ja, also es ist dunkel, da war nix mehr, hier mit noch ein bisschen hell, und ich seh noch ein bisschen was, ne, da war nix mehr mit, es war rußrabenschwarz. Ja, und ich fahre, und, äh, ich seh keine Häuser, ich seh nur Bäume. Ich war also irgendwo im Wald, aber mein Navi sagt mir geradeaus, und ich sollte in 5 Minuten da sein. Okay. Okay. Plötzlich sehe ich ein Schild auf der rechten Seite, das sagt, äh, Pavement ends. Übersetzung. Belag endet. So. Ich bin dann also auf Stein gefahren, ist auch kein Problem, war jetzt gestern nicht das erste Mal in 16 Jahren, war jetzt kein Stress. Aber einfach so die Situation an sich, ne, es war dunkel, ich seh keine Häuser, ich seh nur Bäume, ich war ne Stunde vorher, war ich im Schlamm gesteckt, hatte das noch so ein bisschen in mir, äh, ne Adresse, bei der ich vorher noch nie war, hm, und fahre, und fahre, und fahre, und was sehe ich, meine Lieben? Ja, ein Pahne. Also, eine Pfütze, eine Pfütze, die genauso groß war, wie die erste Pfütze, in der ich hängen geblieben bin. Ey, ich hab gedacht, mich zerreißt's in dem Auto, Leute. Ich hab, ich hab nicht gewusst, ob ich heulen oder lachen soll. Aber, aber, dieses Mal war ich ein bisschen schlauer, ich habe nicht versucht, außenrum zu fahren, äh, ich bin aus dem Auto raus, natürlich hab ich alles dabei, ne, für sich. Also, ich hab hier mein Messer dabei, ich hab meine Taschenlampe, ich hab alles dabei. Bin also aus dem Auto raus und habe mir einen Stock gesucht, weil ich wissen wollte, wie tief diese Pfütze ist. Ja, weil nochmal mach ich das nicht, dass ich da einfach so außenrum fahr, äh, und das Wasser zieht mich dann rein. Ich habe einen Stock gefunden, ich habe diesen Stock in die Pfütze und das Wasser war so hoch. I knew right away, I'm not driving through that bitch. War für mich sofort klar, dass ich da nicht durchfahre. Also, ich beim Kunden angerufen, weil, äh, ich Johann nicht anrufen wollte, ich den Kunden angerufen, weil ich wissen wollte, ob es irgendwie einen anderen Weg zu diesem Haus gibt, äh, und dass ich jetzt eben hier vor dieser Pfütze stehe, ne. Also, hier, dring, dring, Kunde geht ans Telefon, ja, ja, Sandra hier, blablabla, äh, ich hab hier, äh, Lieferung und so, ich stehe aber vor einer Pfütze. Sagt der zu mir, ja, 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 das ist genau um die Ecke rum, da fahre ich jeden Tag durch, das ist kein Problem. Ich also zu meinem Auto schin, Bubu, we gonna make this, we gonna make this, we gonna be alright, fange an, durch diese Pfütze durchzufahren und bleib stecken. I shit you not, Schätzelein. Das ist mein absoluter Ernst. In 16 Jahren bin ich nicht einmal in irgendeiner Pfütze stecken geblieben und gestern innerhalb von einer Stunde zweimal. So, was mach ich jetzt? Kunde wusste ja, ich bin auf dem Weg. Äh, Johann, wie gesagt, wollte ich nicht schon wieder anrufen, weil ich wusste ja, I'm Jog of the Day. Ich den Kunden angerufen, da ist er, ja, äh, hier, ich stecke in der Pfütze. Ja, nee, kein Problem, ich komme sofort. Gut. Der junge Mann kam sofort, der war innerhalb von zwei Minuten da, hat mich also rausgezogen, ja, also ich bin einmal mit dem Auto gestern von hinten rausgezogen, äh, ja, von hinten rausgezogen worden. Und einmal von vorne rausgezogen worden. Ich war mittlerweile die Chinnigkeit in Person, weil ich wusste ja, wie es funktioniert, ne? Also so ein bisschen Geruckel kommt jetzt gleich und sobald's dann hochgeht, ist alles tutti. So, auf jeden Fall, äh, ich hab ihm dann gesagt, ne, dass er mich bitte von hinten rausziehen soll, so, dass ich dann einfach umdrehen kann, weil in die Richtung fahr ich nicht. Allerhock, das hat er dann auch gemacht, äh, wird es da alles geregelt, blibla blub, ne? Äh, dann ging's ja darum, dass er jetzt seine Pizza noch haben wollte. Der mir also einen Zettel unterschrieben, äh, ich hab einen Tipp bekommen, vom Allerfeinsten, sag ich euch, ich hab einen 15 Dollar Tipp gekriegt. Äh, da freut man sich. Und ich sitze in dem Auto drin und, ähm, ja, hab dann also Johann angerufen, weil, äh, unsere Zeit wird ja auch getrackt, ja? Also, äh, in dem Moment, wie wir ausglocken, bis zu dem Moment, wie wir wieder einklocken, die Uhr läuft einfach und ich wusste, ich hab jetzt ein bisschen Zeit verloren und ich wollte einfach, dass der Johann Bescheid weiß. Ich also in dem Laden angerufen, es war wieder ein Coworker dran, ich also wieder, ja, äh, äh, it's Sandra, I need to speak to Johann. Johann kam ans Telefon, Miss Sandra, are you okay? Now I am. Ich hab ihm dann also erzählt, dass ich gerade wieder festgesteckt bin, äh, und dass mich der Kunde hat rausziehen müssen. Er meinte dann nur so, what, no way, I don't believe you. So, you don't fucking believe me. Okay, call the customer and ask him, what he just did. So, also, er hat mir dann schon geglaubt, ja, weil Tatsache war ja auch, mein Auto war ja wieder komplett verdreckt von oben bis unten, sag ich euch. Und, äh, für mich war jetzt aber klar, ich hab jetzt keinen Bock mehr, ne? Also, das erste Mal hab ich noch gesagt, ne, ich geh jetzt zurück auf die Arbeit, äh, natürlich arbeite ich weiter. Aber nach der Delivery hab ich mir gedacht, ne, also, das ist heute einfach kein guter Tag. Ich, ich, ich mag nicht mehr. Ich glock jetzt ein, ich sag ihm, Johann, komm, schick mich nach Hause. Äh, es, es ist jetzt gut. Auf jeden Fall komm ich zurück, screen komplett voll, ja. Also, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Orders wir auf unserem Computer hatten. Äh, es war auf jeden Fall busy ohne Ende. Johann kam zu mir, ja, also, ich war mittlerweile auch wirklich weiß wie die Wand. Also, irgend, es geht schon auf die Knochen, kann ich euch sagen. Und, ähm, ja, auf jeden Fall hab ich dann so zu ihm gemeint, du, schick mich heim, ich, ich hab keinen Bock mehr. Ja, und dann guckt er mich nur mit ganz großen Augen an und meinte, oh, Miss Sandra, I need you, look at the screen. Can you take one more delivery? Äh, ob ich nicht noch eine Delivery machen könnte. Da hab ich gemeint, wo schickst du mich hin? Er sagt, dieses Mal will ich vorher wissen, wo du mich hinschickst. Wenn ich die Adresse nicht kenne, fahr ich nicht hin. Es war auf jeden Fall in einer Gegend, äh, die ich kenne, ja, es war alles cool. Er hat mich also ausgekloppt, ich nehm mein Papier, ich mach meine Bestellung fertig, setz mich ins Auto rein, ne, Routine. Mach das alles in mein Navigation System, blibla blub, fahr da hin, alles wunderbar. Carolina Lakes, das ist so nochmal eine, äh, Community für sich. Ist eine riesen Community, kann ich euch sagen. Also da kann man, glaub ich, eine Stunde von links nach rechts fahren und, äh, man ist immer noch auf Carolina Lakes. Und da ist eben halt auch viel mit hoch und runter und Bäume und, äh, verschiedene Communities in der Community. Also es ist wirklich ein riesen Hickhack. Aber mir war das egal. Ich wusste, es ist eine Area, da war ich schon dreien Billiarden, Billiarden? Gibt's Billiarden? Billionen, Drilliarden? Ich war da, ich war da schon ganz oft. Ich hatte also ein gutes Gefühl bei den ganzen Dingen, ne, auf jeden Fall. Ich also zu einem Kunden hin die Pizza abgegeben, so, war auf meinem Rückweg, war also immer noch auf Carolina Lakes. Und, äh, ja, was soll ich euch sagen? Nein, keine Pizza. Nein, ich bin nicht stecken geblieben. Also nicht so, dass mich jemand hat rausziehen müssen. Ich hatte eine Deer Family. Eine Re-Familie hatte ich auf der Straße. Jetzt muss ich dazu sagen, also das ging in so eine, das sind sehr, sehr, äh, schmale Straßen. Auch wieder mit, äh, viel Wald links und rechts. Also jetzt nicht Wald, aber zumindest mal Bäume. Ähm, und es war eben auch wieder auf einer Straße, wo jetzt links und rechts keine Häuser waren, ja. Aber, wie gesagt, das war jetzt für mich nicht Grund, irgendwie zu trippen oder Panik zu bekommen. Und, ähm, ich bin halt einfach nur nicht weitergekommen, ja. So, jetzt saß ich da in einem Auto drin mit zwei Deer Babys, ach, die waren so süß, mit Mama und Papa wahrscheinlich. Also es waren vier Rehe und die waren einfach mal auf der Straße gestanden. Und die haben sich keinen Millimeter bewegt, Leute. Nichts. Ich saß da. Licht ausgemacht, Licht angemacht. Brights, äh, Fernlicht angemacht. Gehupt. Nichts. Ich war dann halt so in einem Auto gesessen. Ich hatte ja das Licht an. Ich habe also die komplette Familie gesehen, ne. Äh, Mama oder Papa. Ich denke, dass es Mama dir war, weil Mama dir war nochmal ein bisschen kleiner wie der Größere. Also war das wahrscheinlich Papa und dann eben die zwei Kleinen hinten dran. Und Mama dir immer nach hinten geguckt, zu ihren Babys, ne. Die Babys zu mir geguckt. Dann wieder zur Mama. Äh, also es war wirklich ein, ein, ein Blickaustausch von, von allen Seiten. Ja. Was soll ich denn da jetzt machen, ne. Dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt aussteige und die einfach ein Geräusch hören, dass die dann so langsam vor sich weg tippeln hören. So. Jetzt hat man ja nicht täglich so persönlichen Kontakt mit Rehen. Und ich habe die Tür dann ganz langsam aufgemacht. Und die Babydeers haben mich angeguckt. Und der Papa dir hat zu den Babydeers geguckt. Und plötzlich guckt mich die Mama dir an und bekommt ganz große Augen. Und ich habe Panik gekriegt, weil ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ich werde jetzt hier gleich attackieren. Weil Mama dir hat Angst, dass ich den Babydeers was mache. Und attackiert mich und frisst mich. Und ich bin halt gleich wieder ins Auto gesprungen. Ne. Zack, ins Auto gesprungen. Wie ein, also wie ein Hüppel, die zack, Tür zugemacht. Und die standen immer noch da. Die haben sich nicht bewegt, Leute. Die haben sich nicht bewegt. Okay. Was bleibt mir also übrig? Ich muss bei Johann anrufen. Also jetzt im Nachhinein muss ich ja wirklich lachen, Leute. Aber gestern Abend mir war zum Heulen. Mir sind auch zwischendurch dann echt mal die Tränen gelaufen, weil ich gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich im Laden angerufen. Coworker. Ja. Sandra hier. I need Johann. Jetzt versuche ich euch die Konversation, die ich mit Johann hatte, so zurückzugeben, wie ich mich noch dran erinnere. Also Johann kommt ans Telefon. Miss Sandra, are you stuck? Well, Johann, kinda. I'm stuck on Carolina Lakes. I have a deer family in front of me. They've been there for the last 10 minutes. They're not moving. I tried everything. I was honking the horn. I was turning on the lights. I was turning off the lights. I tried to get out of the car, but then the mama deer looked at me and she looked like she was gonna eat me. So, I jumped back into the car and now I'm sitting here and I don't know what to do, Johann. Ruhe am Telefon. Für bestimmt 10 Sekunden. Dann habe ich nur so gemeint, excuse me, are you still there? Und wie ich das gesagt habe, habe ich plötzlich ein Geschrei gehört an diesem Telefon. Ja, der Vollhonk hatte nichts besseres zu tun, wie my ass to put on speakerphone und jeder hat also gehört, was da gerade Sache ist. Ja, und die haben gebrüllt. Wie ich gemeint habe, von wegen the mama deer is gonna eat me and I jump back into the car. Die konnten nicht mehr vorlachen. I'm telling you. Ich bin der Joke von 2019 und 2020. Ja, nach so knapp 15 Minuten hat sich diese Deer-Familie dann doch mal dazu entschlossen, nach Hause zu gehen, ja, Abend zu essen. Ich weiß es nicht. Ganz langsam haben die sich alle sofort bewegt. Zack, ich anschnallgurt, ne, hier mit meinem Car. Ich so, Bubu, let's go, let's go, we got this. Natürlich bin ich dann ganz langsam an diesen Rehen vorbei, weil man weiß ja nicht, ob die in der letzten Sekunde vielleicht doch nochmal umdrehen. Ja, und das allerletzte, was ich gestern Abend noch gebraucht habe oder was generell überhaupt irgendjemand jemals braucht, ist ein Reh auf der Motorhaube. Also bin ich natürlich ganz langsam vorbeigefahren. Und wie ich aber wusste, ja, jetzt kann mich kein Reh mehr attackieren. Ich war auf meiner Road. Ich war sechs Minuten von meinem Store entfernt. Leute, ich wollte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich war fertig mit der Welt. Ich habe das Auto geparkt, ja. Ich habe das Auto nicht mal zugemacht. Ich habe das Licht angelassen. Mein Fenster war noch halb offen. Meinen Schlüssel habe ich, wie ich raus bin, stecken lassen, ja, bin dann also nochmal zurück, um den Schlüssel zu holen. Habe das Auto nicht angeschlossen. Habe meine Papiere von den ganzen Lieferungen, ja, weil das braucht man, um sich abends auskloppen zu lassen von den Managern. Einfach um zu sehen, ja, wie viel Trinkgeld hat man an dem Tag gemacht, wie viele Lieferungen hatte man, weil das Geld wird ja ausgezahlt. Ich habe noch meine Papiere mitgenommen, habe aber da zwei Stück liegen lassen. Also die habe ich heute Morgen im Auto gefunden. Bin dafür also nicht mal bezahlt worden, weil wenn man mal ausgekloppt ist, ist man ausgekloppt. Aber, trust me, I do not fucking care. Okay, ich bin in den Laden rein, Johann guckt mich mit ganz großen Augen an, jeder hat gebrüllt vor Lachen. Ich habe ihm meine Papiere hingeschmissen. Ich habe gesagt, clock me the fuck out. Habe mich selber ausgekloppt von, also so, dass ich von meiner Delivery wieder da war. Habe jeden eine schöne, äh, noch, have a good night. Das sage ich immer, wenn ich gehe. Und, äh, habe mich rumgedreht und bin aus dem Laden raus. Ich bin nach Hause gefahren, wie ich hier in, 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 durch die Türe durchgelaufen bin. Also ich habe ja Schatzi zwischendurch immer mal angerufen, ja. Äh, der, der, der wusste gar nicht mehr, was er sagen soll. Heute Morgen hat er mir gesagt, er hat seltenst einen, einen Mensch so weiß gesehen, ja. Also mich noch nie anscheinend, äh, aber ich muss eine gewisse Hautfarbe gehabt haben, wo er gesagt hat, sowas hat er noch nicht gesehen. Ich bin nach Hause, ich habe mir einen Drink gemacht, klein Mäuschen war schon im Bett. Äh, mein Mann, der war unten, der war am Hausaufgaben machen, der, der wusste überhaupt nicht, was er mit mir anfangen soll. Ich habe dem dann die Story erzählt. Und, äh, der hat gebrüllt vor Lachen, also er saß wirklich eine ganze Zeit lang da und hat wirklich versucht, das zu verstecken. Und, bis ich irgendwann mal zu ihm gesagt habe, just, just let it the fuck out. Just laugh, let it out, I'm okay, the car is okay, everybody can kiss my motherfucking ass, okay. I'm good, I have my drink, I'm going to bed, good night. Ja. Und dann habe ich mich rumgedreht und bin hoch. Ich habe mich nicht abgeschminkt, ich habe, mein, mein, mein Schmuck hatte ich noch an, meine Kleider, die habe ich noch ausgezogen, ja. Und bin ins Bett. Leute, Leute, Leute. Und dann, ich habe heute Nacht so einen Schrott geträumt, ja. Egal, wo ich hingefahren bin, ich bin ständig irgendwo stecken geblieben. Und ich habe einen Müll geträumt vom Allerfeinsten. Bin also heute Morgen aufgewacht und war alles andere als ausgeruht und relaxed und entspannt. Und wie ich heute Morgen mich ins Auto gesetzt habe, um die Kleine in der Kita abzugehen. Also, ich hatte echt ein ungutes Gefühl. Und das hatte ich sehr, sehr selten in meiner Autofahrkarriere, weil ich liebe es eigentlich, Auto zu fahren. Aber heute Morgen hat man dann doch schon mal zweimal nach links und nach rechts geguckt. Und man war ein bisschen vorsichtiger, was nicht gut ist, ja. Weil durch so eine Übervorsicht passieren eigentlich die meisten Fehler. Aber, ja, das musste ich euch erzählen, Leute. Weil ich weiß auch, dass da jetzt Leute sitzen und sagen, das glaube ich dir nicht. Wenn ich nicht selbst dabei gewesen wäre und mir würde jemand die Story erzählen, würde ich sagen, ja. Hm, ist klar, komm. Chill dein Leben, Allah. Äh, ne. Ne. Und heute Abend gehe ich aber in Jetlines. Ich freue mich. Ich habe gestern Abend von Johann noch eine SMS gekriegt. Die habe ich aber nicht gelesen bis heute Morgen. Mit der Frage, ob alles okay ist. Und dadurch, dass ich ja dann einfach ins Bett bin und nicht geantwortet habe, war er sich jetzt nicht so sicher, ob ich überhaupt noch in dem Laden arbeite. Und er hatte dann heute Morgen angerufen. Und, äh, ja, kommst du heute und, äh, ich brauche dich? Und er sagt, ja, ich brauche auch ganz viel und ich kriege es nicht. Nein, also ich werde heute Abend arbeiten gehen und hoffe, dass die Schicht heute besser wird wie gestern. Weil so einen Kack brauche ich nicht nochmal. Also, bei aller Liebe. Genau. Ja, kommt gerade die Post. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ja, also, ich war sprachlos. Ich bin immer noch sprachlos, wenn mir das jetzt so durch den Kopf geht. Wie gesagt, seit 16 Jahren fahre ich Auto. Ich bin nicht einmal stecken geblieben. Und dann, äh, ja, innerhalb von einer Stunde gleich zweimal. Und dann sogar noch so stark, dass ich rausgezogen werden musste. Oh, ich kriege Post, schätze, Leute. Der steigt aus. Hahaha. Ja. Also, die liebe Martina hat mir anscheinend ein Päckchen geschickt, was, äh, also zum Geburtstag von Lauren, was noch nicht angekommen ist. Und, äh, meine Mama und Tantchen haben mir ein Paket geschickt. Ich glaube, am 6. Oktober, 3. Oktober, haben sie das losgeschickt. Oh, der geht tatsächlich nach hinten. Oh, Leute, ich kriege ein Paket. Ja, auf jeden Fall, ähm, das Paket von Martina ist noch nicht hier. Und das Paket von Mama und Tantchen ist auch nicht hier, wo eben die ganzen Geburtstagsgeschenke von, äh, kleinen Mäuschen drin sind. Was, was natürlich super ärgerlich ist und war und, also bei, bei der Post geht es mir mittlerweile so wie kleinen Kindern, wenn sie dann Eiswagen sehen, ja, so, uh, 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 äh, was aber auch nicht viel bedeutet, weil nur weil man den DHL-Mann sieht oder den USPS-Mann, äh, heißt es ja nicht, dass der stehen bleibt, ja, oder dass man nicht einen Zettel. Oh, shit. Mama, ich glaube, dein Paket ist da. Wartet mal ganz kurz, Schöpfelang. Mama! Mama, dein Paket ist da. Und es sieht gut aus. Keine Löcher, nichts kaputt. Und Martina, dein Paket ist auch da. Oh, wie geil. Ich hatte so eine Angst, dass das Paket von Mama wieder genauso verschrubbt ankommt wie beim letzten Mal. Es waren Löcher drin, es war aufgerissen, es waren Dellen drin. Also wirklich unter aller Sau. Ausdauer wie so wie eine Bettflasche. Ja, auf jeden Fall freue ich mich jetzt mega. Ich muss heute Abend leider arbeiten, aber morgen werde ich das Paket dann auf alle Fälle in Ruhe mit kleinen Mäuschen öffnen, weil, wie gesagt, da sind ihre Geburtstagsgeschenke drin. Und, ähm, ui, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, auf jeden Fall, das letzte Paket von Mama, das war eine bodenlose Frechheit, ja, von DHL und von USPS. Mir ist scheißegal, wer das Paket so zerschrottet und zerstört hat. Das muss man sich mal vorstellen, Leute. Die haben das Paket aufgemacht, ja, haben Sachen verloren oder rausgemacht und haben das dann mit, ich weiß ja nicht, ob die da eine Fundgrube haben und sind da hin und, äh, haben sich den Zollzettel durchgelesen und haben gesehen, oh, da gehören eigentlich Kinderkleider rein. Gehen wir mal schnell in unsere Fundgrube und gucken, was wir haben und haben dieses Paket aufgefüllt mit Sachen, äh, die Mama und Tantchen da überhaupt nicht rein haben. Und die Sachen, die noch von Mama und Tantchen drin waren, die waren so verdreckt mit irgendeiner Ölpaste, äh, dass man das überhaupt nicht mehr rausbekommen hat, ja, also, dass die Sachen nicht, nicht mal noch verwendbar waren. Es war eine bodenlose Frechheit, wirklich. DHL, USBs, brennt euch eigentlich der Kittel oder was? Ja, unverschämt. Und dann hat Mama jetzt noch, äh, hier, Beschwerde eingereicht, weil sie ihr Geld zurückhaben wollte, ja, mit vollem Recht und jetzt nach knapp zwei Monaten hat sie, äh, das abgelehnt bekommen, weil wir uns angeblich nicht sofort gemeldet haben, was überhaupt nicht stimmt. Wir haben Bilder geschickt, wir haben absolut unverschämt. Denen wünsche ich allen Durchfall. So eine Rosette, die soll glühen für drei Wochen. Ja? Ja, wenn ihr mich sucht. Na, ihr kennt ja meinen Namen nicht. Und ihr wisst nicht, wo ich wohne. Ich bin Muddi. Muddi Sarasani. Mit A, A und H, H, Sarah, Sani. Bodenlose Frechheit, kann ich euch sagen. Und deswegen bin ich jetzt so froh, dass das Paket so gut aussieht. Also es scheint nicht aufgemacht worden zu sein, noch sonst was. Werde also gleich mal Mama Bescheid geben, dass das Paket jetzt endlich hier ist. Ähm, ja, und werde das dann eben morgen alles ganz in Ruhe mit kleinen Mäuschen öffnen, weil eben auch das Paket von der Martina Maus sind Geburtstagsgeschenke für Lauren. So. Ja, also jetzt wart ihr auch noch live dabei, wie ich nach sechs Wochen endlich mein Paket bekomme. Und, äh, habe euch meine Story von gestern erzählt. Wahnsinn. Wahnsinn, kann ich euch sagen. Also ich glaube, ich brauch da auch noch so ein paar Tage, um das zu realisieren. Und wie gesagt, wäre ich persönlich nicht dabei gewesen, würde ich auch denken, ja, komm mal, ist klar. Ist klar. Hör mal auf mit den Drogen. Oder nimm mal ein bisschen mehr. Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Also, dann will ich euch gar nicht länger aufhalten, meine Liebe. Ich werde jetzt erstmal mein Paket abreiben, weil es regnet und es ist nass und es tropft mir jetzt unten, glaube ich, alles voll. Aber scheißegal, Hauptsache es ist hier und es sieht gut aus. Ich schicke euch einen dicken Knutscher. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Video. Konntet ein bisschen lachen, wenn ihr vielleicht nicht so einen schönen Tag hattet. Und es wird besser. Es wird besser. Morgen wird wieder ein guter Tag. Immer positiv bleiben, ne? Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund. Passt auf euch auf. Macht's gut. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!